Guten Tag, mein Name ist Elena Bauer, ich bin Produktmanagerin bei der Firma Carvo und darf Ihnen heute hier im Carvo-Studio in Biberach Carvo Connect Base die Lösung für eine einfache Patientenkommunikation direkt an der Behandlungseinheit vorstellen. Carvo Connect Base macht einen neuen, unkomplizierten Workflow im Rahmen der Patientenkommunikation möglich. Direkt an Ihrer Carvo-Behandlungseinheit und ganz ohne zusätzliche Softwareinstallation können Sie mit Carvo Connect Base Ihre Patientinnen und Patienten über Ihre dentale Situation aufklären. Sie schließen dafür einfach nur Ihre Kamera an und können sofort loslegen. Die Bilder werden direkt am Bildschirm der Behandlungseinheit dargestellt und können mit gespeicherten historischen Bildern verglichen werden. Durch die direkte Nutzung der Carvo-Kameras an der Behandlungseinheit haben Sie im Handumdrehen Zugriff auf Ihre Kamerabilder und können diese im Anschluss via USB exportieren. Sie wollen auf weitere Quellen zugreifen? Kein Problem. Durch einfaches Umschalten direkt am Arztelement Ihrer Carvo-Behandlungseinheit oder am Fußanlasser können verschiedene HDMI-Quellen am Bildschirm Ihrer Behandlungseinheit angezeigt werden. Die Bedienung von Carvo Connect Base ist über das Touch-Display oder den Fußanlasser Ihrer Behandlungseinheit möglich, damit Sie Ihren Arbeitsplatz während der Behandlung nicht verlassen und auch Ihren Ablauf nicht unnötig unterbrechen müssen. Machen Sie Ihre Behandlungen mit Carvo Connect Base zum Erlebnis. Überbrücken Sie Wartezeiten und schaffen Sie bei Bedarf eine willkommene Ablenkung für Ihre Patientinnen und Patienten durch visuelle Erlebnisse direkt an Ihrer Carvo-Behandlungseinheit. Die tolle Auswahl verschiedenster Medien wie beispielsweise einem personalisierten Willkommensbildschirm oder diversen Bildschirmschonern mit großer Fotoauswahl oder Slideshows wird Ihren großen und kleinen Patientinnen und Patienten Freude machen. Gleichzeitig können Sie Ihren Screen natürlich auch werbewirksam für Ihre individuellen Themen nutzen und relevante Informationen einfach übermitteln. Das war eine kurze Vorstellung unserer Carvo Connect Base. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.